Servus zusammen! Ich bin Heiko Stock aus Hamburg, Stocks Restaurant. Wir wollen unser tolles Sushi hier im Resort vorstellen für die Köche, fürs Team und natürlich auch heute Abend für die Gäste. Also beim Sushi ist wirklich Fantasie gefragt. Krustfleisch mag auch nicht jeder. So und dann habe ich überlegt, nehm ich mal Rinder Carpaccio, mach dann eine Surf & Turf Roller, also Gurke Inside und Scampi Inside und außen dann dieses Rinderfilet platiert. Also wenn man wirklich diesen kalifornischen Style, also wirklich crispy, warm, inside out lernen würde, dann muss man nach Amerika. Und das ist natürlich Los Angeles, die Geburtsstätte. Heikos Hot Crazy, die ist im Ganzen gebacken, jetzt bleiben wir Inside. Scampi noch? Da werden unsere Köche wieder richtig aufgebimmt in Sachen Sushi. The Rainbow Roll, Toppings in verschiedene Fischsorten. Lachs, Tuna, Hunagi. Dieser japanische Aal, der so süß in Teriyaki eingelegt wird, toll. Neue Erfahrung, man lernt viel dazu. Spannend. Wir haben ja ganz, ganz viele Stammgäste aus Hamburg, die mich früher jahrelang immer gefragt haben, ob wir verwandt sind. Und da habe ich mich mal auf die Socken gemacht, habe Heiko Stock in Hamburg besucht, in seinem Restaurant. Weltklasse-Restaurant, Sushi vom Feinsten. Ich werde jetzt immer schon angesprochen, ob wir jetzt expandiert haben, ob ich jetzt auch ein Sternehotel im Zellertal habe. Genau. Deswegen ist er jetzt hier und ich freue mich auf eine gute Partnerschaft, eine gute Freundschaft und auf das, dass wir in unseren Genusswelten viele Menschen glücklich machen können. Also zunächst gehört zum traumhaften Sushi, ein traumhafter Wein. Das ist jetzt ein Sauvignon Blanc und da du ja wahrscheinlich viel mit Ingwer, Koriander, Soja arbeitest, ist das ein Wein, der die Aromen sehr gut widerspiegelt und eben für den Gast das perfekte Zusammenspiel bedeutet. Wunderbar. Wunderbar.